Herzlich willkommen heute hier in Dallwitz zu unserer Veranstaltung zusammen mit Biopark und Biopark Markt GmbH, BWF und dem Zweifel zu dem Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt. Zum Betrieb in aller Kürze wir wirtschaften ungefähr 830 Hektar Acker, 350 Hektar Grünland und 750 Hektar Wald in ziemlich in einem Stück. Das ist für die Artenvielfalt wichtig. Dieses Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt ist allen anderen, die es auch gibt, in Ansätzen um Lichtjahre voraus. Das andere sind alles kleine Versuche. Hier sind es 60 Landwirte auf 40.000 Hektar, die das umsetzen und das Projekt gibt es seit 8 Jahren. Und das wird nicht nur umgesetzt, sondern die Umsetzung wird auch begleitet mit Bachelorstudentinnen, die dann nachher die Vogelnester zählen, dass wir nachher auch irgendwann mal dazu Ergebnisse haben. Ein Dutzend Edeka-Kaufleute besichtigen im Biohof. Sie sollen später ihren Kunden erklären, warum Fleisch oder auch Kartoffeln aus dem Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt im Laden etwas teurer sind. Ein renaturiertes Soll. Und da hat man wieder eine offene Wasserfläche drin. Nach Norden, das ist da, ist sie bepflanzt, nach Süden ist es offen. Und da sitzen jetzt normalerweise auch die Ocken drin und singen. Jetzt leiden wir ein bisschen unter der Trockenheit der letzten Jahre. Aber normalerweise muss man bei uns in Main nachts das Fenster zu machen, weil die Frösche so laut sind. Nicht die Raschauer, sondern die Frösche. Die machen so ein Krakeel. Herzstück des Biohofs sind die Rinderweiden. Es sind 70 Bullen, 70 Fersen und dann haben wir die Kuhherde mit 100 Kühen und den Kälbern. Die steht aber an einem anderen Standort. Kannst du mal anhalten hier oben. Fahr mal oben hin und halt dann mal an. Meine Tierärztin hat mir neulich gesagt, die hat seit 15 Jahren kein Antibiotika mehr gebraucht. Die haben wir am Anfang auch mal gebraucht für bestimmte Krankheiten wie holsteinische Euterseuche. Oder wir haben es bei Nachgeburtsverhaltungen, haben wir natürlich auch die Kuh retten müssen, wenn die sich entzündet hatte mit Antibiotika. Wir haben keine Nachgeburtsverhaltung mehr, weil wir leicht kalbende Rassen haben. Da gibt es diese Probleme einfach nicht. Und wir können auch genetisch mit der Wahl der Bullen ein bisschen Einfluss darauf nehmen, sodass wir das Problem nicht haben. Und diese ganzen Krankheiten, die wir hier mal hatten, wie zum Beispiel holsteinische Euterseuche, gegen die haben unsere Tiere an dem Standort so eine Art Prämonität entwickelt. Das heißt, sie kriegen das gar nicht mehr. Wir brauchen das auch nicht behandeln. Was wir noch machen, wir machen die normalen Impfungen, die vorgeschrieben sind. Und wir entwurmen einmal im Jahr noch. Wobei wir uns bei den großen Tieren fragen, ob das auch noch notwendig ist. Besuch beim Nachbarbetrieb. Den Pflanzenreichtum der Ökowiesen hat ein Biologe registriert. Und genau darauf kommt es den Biobauern bei diesem Projekt an, auch wenn es zu Lasten der Erträge geht. Im kommerziellen Bereich werden die Wiesen auch umgelegt und dann nachgesät. Um hohe Erträge zu haben mit bestimmten Gräsern, die dementsprechend dann auch den dreifachen bis vierfachen Ertrag bringen. Und das machen wir hier im Ökobereich nicht. Hier wird nicht umgepflügt, sondern das wächst hier, wie es wächst. Und dadurch entsteht durch die Beweidung und durch das Mähen eine Artenvielfalt, dass immer mehr Gräser und Kräuter sich auch entwickeln. Ich habe, ich kann ja mal nachzählen, was jetzt alles da ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sechzehn von der Kennartenliste. Das ist also ein ziemlich hoher Anteil. Also wir haben, oft haben wir Schläge, wo nur zwei oder drei überhaupt vorhanden sind. Die gibt es auch hier auf den Betrieben natürlich, artenarme Bestände, zum Beispiel so hochgewachsene Wiesenfuchsschwanzwiesen, die jetzt gerade, wo der Fiesenfuchsschwanz praktisch flächendeckend vorhanden ist. Aber es gibt, wie gesagt, auch einen erhöhten Anteil von Bereichen, wo dann zehn oder mehr Kennarten aus dieser Liste vorhanden sind. Und das ist uns deswegen so wichtig, auch Mutterkühe zu haben oder Ochsenfersen zu halten auf den Weiden. Die laufen hier rum. Dann sind die Tiere in der Natur, die auch hier sind. Es kann mal passieren, es ist aber ganz selten, dass mal, wenn die aufgescheucht werden, aber sonst ist eine Mutterkuh um das Nest herum. Wenn da ein Vogel sitzt, ein Bodenbrüter, dann eßt er ringsherum. Und das Schöne in der Natur ist, wenn wir die Rinder nicht hätten, und das ist auch ein Grund, warum wir keine Bodenbrüter haben mehr, wenn die nicht dahin scheißt. Und der Fladen, dort entsteht Leben. Dort kommen Käfer, dort wird reingelegt. Das ist ein Grund für neues Leben. Und wenn dann die Käfer, Larven, Würmer dort entstehen, und die kleine Kiebitzmutter, was soll die dann fressen, wenn die ihre Eier ausgebrühtet haben. Dann laufen die auf dem Boden los und suchen sich natürlich diese Stellen, wo die Larven, Käfer und so weiter sind. Und wenn wir das nicht haben, wenn da kein Kuhflamen mehr ist und die Landschaft ausgeräumt ist, kann auch kein Bodenbrüter mehr überleben. Das ist das Gute, dass jetzt hier mal untersucht wird, denn die Naturschützer haben ja auch oft Programme, die also vernichtet werden. Wenn ich also das Moor Grünland sehe, wo ich dann bestimmte Dinge gar nicht machen darf, gar keine Weide, weil es zu nass ist oder so, dann vernichte ich das Grünland. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach gut fünf Jahren, dann wächst beinah nichts mehr. Man muss da wirklich sehr, sehr individuell die Flächen behandeln. Und das geht nicht, wenn man pauschal sagt, eben so oder so. Und die tollste Aussage, die ich dann in dem Bereich mal gehört habe, wenn über 40 Kühe ist alles Massentierhaltung, wenn solche Meinungen öffentlich geäußert werden und auch noch propagiert werden, dann ist das der Genickbruch für die Tierhaltung. Und wir haben insgesamt ja neun Arten. Und Sie sehen hier, wir haben das mal hier für den Betrieb Maat. Hier sind einfach Arten aufgezählt, die an den verschiedensten Gewässern, weil es ist hier unglaublich gewässerreich, vorkommen. Also das sind viele Arten, aber man kann das auch noch verbessern. Und vor allem kann man die Reproduktion verbessern durch solche Maßnahmen wie Gehölzentfernung. Wer ist das hier? Das ist ein Teichfrosch. Ist eigentlich ein sogenannter Ubiquist, also eine Allerweltsart. Aber das haben wir ja öfters schon erlebt, dass Allerweltsarten, wir haben es letztens beim Haus- und Feldsperling gehabt. Und auf einmal war er auf der Roten Liste. Geht also relativ schnell. Noch ist er überall. Also die Betriebe, die wir bisher haben, sind ja über 60 Betriebe in Nordostdeutschland mit knapp 40.000 Hektar. Das ist schon ziemlich viel. Es werden auch immer mehr, weil immer mehr Betriebe sich auch dafür interessieren und eine Chance sehen, hier gezielt Artenvielfalt zu fördern. Ja, und wir hoffen sehr, dass sich das ausweitet. Wir haben auch bereits Betriebe in Süddeutschland und Westdeutschland, die an diesem Projekt teilnehmen wollen. Und es sieht aussichtsreich aus, dass das dann auch auf Gesamtdeutschland sich ausweiten wird.